Das Album heißt ganz bewusst gewählt Alive. Für mich waren die letzten paar Monate, ich glaube, wie für jeden anderen Menschen da draußen, sehr schwer, sehr isoliert und ich habe sehr zu mir selber gefunden, aber auch zu dem ganz euphorischen Ich. Das heißt, für mich war es wichtig, meinen Fans und den Menschen da draußen ein Album zu bieten, was voller Lebensfreude ist, was so ziemlich alles beinhaltet, was wir lieben und was wir brauchen in unserem Leben und das ist genau auf diesem Album drauf. Also es ist sehr bunt gemischt. Ich bin ja jemand, der musikalisch immer verschiedene Wege, auch beim Album einschlagen möchte. Das haben wir dieses Mal auch gemacht. Es ist Filmmusik mit dabei, es ist Rock, Pop, bisschen Jazz, aber grundsätzlich der Faden ist alles, was mein Herz höher schlägen lässt. Wir haben wirklich dieses Mal die Ruhe, die Zeit und vor allem auch die Muße gehabt, uns sehr viel Zeit zu nehmen, sehr innig zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, es ist, ich weiß, das hört man oft von Künstlern, das persönlichste Album. Es ist aber wirklich kein Klischee, sondern es ist tatsächlich so.